Also willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Allianz gegen Demenz hatte ich ursprünglich angekündigt und will da auch ganz kurz was zu sagen, weil wir brauchen das, dass wir uns auch als Menschen organisieren wie die Natur und Allianzen bilden. Ich habe, glaube ich, schon einmal erzählt, der Darwin, der gesagt hat, Survival of the fittest war nicht der fitteste mit den dicksten Muskeln, sondern wer am besten vernetzt ist. Die Vernetzung, die Symbiose ist das Urprinzip der Natur. Und wir sollten das auch machen, wenn wir was erreichen wollen. Das heißt also, wenn wir multifaktoriell arbeiten, wenn wir eine Allianz gegen Demenz machen, dass wir also die Ernährung verbessern, artgerecht wieder sind, uns bewegen. Vitamin D und weitere Hormone, wir haben Progesteron gehört und Ähnliches, Stressmanagement haben, den sozialen Bezug wiederherstellen, wenn der verloren gegangen ist, den Mikrofon in Ordnung bringen und dann vielleicht noch anständig schlafen. Dann haben wir eine Menge an Schrauben, an denen wir drehen und dann sagt das System, Mensch, und wir sind ja ein System, dieses System sagt, klasse, so viel positiven Input habe ich lange nicht mehr gehabt, jetzt kann ich wieder funktionieren, so wie es mal gewesen ist. Das alles brauchen wir dazu. Ich will das aber jetzt nicht alles wiederholen, was wir schon mal gehabt haben, sondern möchte noch einen etwas größeren, weiteren Bogen spannen. Worauf ich noch hinweisen will, ist, wir müssen nicht nur multifaktoriell arbeiten, sondern wir müssen multimodal arbeiten. Wir brauchen die Verhaltensprävention für jeden Einzelnen, die aber schlecht funktioniert, wenn die Verhältnisse nicht funktionieren. Wenn Sie in einer toxischen Umgebung sind, habe ich Ihnen schon einmal gesagt, dann werden Sie krank. Dann können Sie noch so sehr versuchen, gesund zu bleiben. Auch wenn Sie sehr resilient sind, wenn die Umgebung entsprechend hochtoxisch ist, werden Sie krank werden. Sie müssen die Verhältnisse ändern, dann brauchen Sie keine großen Künste in der Verhaltensprävention zu machen. In einer gesunden Umgebung kann man sich gesund verhalten und man muss es verstehen. Verständnisprävention ist wichtig. Zu Deutsch kann man auch dafür sagen, es ist das Gesundheitswissen. Wenn ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich weiß, dass ich ein bisschen Fieber nicht mit Antibiotika behandeln muss, dann habe ich auch ein paar Darmbakterien hinterher mehr. Es sind also viele Dinge, kleine Dinge, die zusammenkommen. Und wenn ich damit umgehen kann, und das ist der Grund, warum intelligente Leute auch gesünder sind. Es ist nicht der Reichtum, sondern es ist die Intelligenz, das heißt das Wissen, was einen gesünder macht, mit den Dingen umzugehen. All das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, sondern ich habe mir überlegt, den Bogen etwas weiter zu spannen und will ihnen die Geschichte von einem Arzt erzählen, der auszog, um effektive Maßnahmen für die Prävision zu finden und als Umweltaktivist zurückkam. In meinem ersten Buch habe ich schon den Kontakt bekommen mit der Umwelt, denn es wurde mir klar, so wie die Schilddrüse nur funktionieren kann, wenn sie aus der Umwelt, aus dem Trinkwasser der Nahrung Jod bekommt. Und sie brauchen essentiell Jod, um das endokrine Organ dazu zu befähigen, Schilddrüsenhormon zu machen. Ohne Jod geht nichts. Ohne UVB-Strahlung geht nichts. Genau das Gleiche. Die Haut ist ein endokrines Organ, braucht einen externen Faktor, von dem sich die Natur nicht vorstellen konnte, dass er jemals wegfallen würde. Nach Millionen Jahren Sonnenexposition war es unmöglich für die Natur, sich vorzustellen, dass das nicht mehr funktionieren würde. Wir haben das aber geschafft. Innerhalb weniger Jahrzehnte, ratz, ratz, komplett weg. Da bin ich das erste Mal auf die Bedeutung der Umwelt gestoßen und habe dann gesagt, oh, das ist doch interessant. Und dann ging es weiter. Aber das ist ein kurzer Zwischenschein zum Vitamin D. Wir haben verschiedene Studien schon gehört und die finde ich besonders gut. Die Schweden haben also 30.000 Frauen untersucht, weil sie zeigen wollten, dass die Sonnenanbeter am malignen Milanoom sterben. Und dann hat man die 20 Jahre nachuntersucht. 2.500 sind auch dran gestorben. Also nicht nur an Milanoom, sondern insgesamt. Und was kam raus? Die Mortalität bei den Sonnenvermeidern war doppelt so hoch wie bei denen. Der Uwe Gröbe hat schon erzählt, hatte früher so ein bisschen davon, dass es eine Parallelstudie gewesen ist, wo ganz klar gezeigt wird, wer die Sonne meidet, hat schlechte Karten. Warum? Er hat einen Hormonmangel und das bekommt ihn in all seinen Organen nicht. Ich habe dann das Ergebnis etwas umgewandelt. Es heißt ja normalerweise, weil du arm bist, musst du früher sterben. Nur nach den Daten muss man ganz klar sagen, weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Offenkundig. Und es kommt noch etwas hinzu. Sie haben gehört, dass es wichtig ist, dass wir Progesteron für die Nerven haben und auch entsprechend Vitamin D. Jetzt ist eine Studie erschienen, die zeigt, Sie brauchen auch EPA und DHA, nämlich um an den Synapsen die entsprechenden Reaktionen. Haben Sie genügend DHA und EPA und Vitamin D, also alle drei zusammen, multimodal, funktioniert Ihr Übertragungssystem. Haben Sie wenig Vitamin D, wenig EPA und wenig DHA, funktionieren Ihre Synapsen nicht. Wieder ein kleines Beispiel aus der hochkomplizierten Biochemie, Biochemie, warum wir alle diese Dinge brauchen und warum es nicht langt, einmal Vitamin D reinzuschütten oder eine Pille Omega 3 zu nehmen. Wir brauchen alle diese Dinge, die wir über Jahrmillionen, noch einmal über Jahrmillionen zur Verfügung gehabt haben und an die der Körper adaptiert ist. Ich habe lange gebraucht, um das System zu verstehen. Wieso brauchen wir essentielle Vitamine? Der Körper hat die Leber, der kann ja so gut wie alles herstellen. Chemiefabrik pur. Muss er publische Vitamine herstellen? Nein. Ein nächstes technisches Errungenschaftssystem, was die Autobauer glauben, erfunden zu haben, ist Outsourcing. Die Natur hat uns mit all diesen Dingen versorgt, so gut versorgt, dass der Körper gesagt hat, bin ich blöd, muss ich doch nicht selber herstellen. Habe ich doch in der Nahrung. Wir haben, um Energie zu bekommen, so viel Nahrung essen müssen, so viele Lebensmittel gehabt, dass diese Substanzen im Übermaß vorhanden waren. Sondern hat der Körper gesagt, damit muss ich mich nicht belasten. Das habe ich alles in meinem täglichen, was ich mir zuführe. Auf die Idee, dass wir das so ändern könnten, dass diese elementaren Dinge nicht mehr da sind, ist niemand gekommen. Nicht nach Millionen von Jahren. War wahre jeder Überlegung, jeder Erfahrung. Nur wir haben es geschafft, wie gesagt, innerhalb von wenigen Jahren. Ganz komplex. Wir brauchen alles. Das und das, damit es richtig funktioniert. Also, der Mensch ist an seiner Umwelt, das war die natürliche Umwelt, ist er nicht nur gewohnt, sondern es adaptiert. Er ist durch diese Umwelt geworden. Die Umwelt hat ihm all dies zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt ganz stolz eine neue technische Welt erfunden. Die haben wir damit noch verseucht, kontaminiert, sind zum Teil rausgegangen. Und was noch dazu kommt, habe ich gestern schon erklärt, wir haben eine neue soziale Umwelt geschaffen. Wir haben früher das Matriarchat gehabt, was uns als Menschen, als Rasse erheblich bekömmlicher war als das Matriarchat. Wir haben viele Strukturen hier entwickelt, die ganz, ganz ungesund sind. Nicht nur die Schwiegermütter, sondern auch andere Dinge. Haben Sie einen Chef, der toxisch ist? Und es gibt viele Chefs, leider Gottes, die toxisch sind, weil Führungspositionen werden häufig von Leuten, die narzisstisch sind, besetzt. Und wenn Sie diesen Narzissmus ausleben in Ihrer Firma, dann haben Sie eine toxische Umgebung. Aber die ist genauso toxisch, als wenn Sie zu Hause eben jemanden haben, mit dem Sie nicht mehr kommunizieren können. Sie haben eine schlechte soziale Umwelt. Und wenn Sie das dann noch mit schlechten Situationen hier verbinden und hier verbinden, dann ist dieser Mikrokosmos, dieses System nicht lebensfähig. Wir haben dann im letzten Jahr schon die Umwelt als Zentrum reingestellt. Und in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Demenz ein weiteres auch Umweltthema. Und wir haben 1,5 bis 2 Millionen Betroffene. Das ist eine ganze Menge. Nur, wir müssen uns darüber klar sein, das ist die Spitze vom Eisberg. Demenz ist zwar sehr intensiv jetzt diskutiert, aber wenn wir uns anschauen, die letzte Publikation, Global Burden of Disease, 2015. Wir sind sechs Jahre älter geworden. Wenn noch einer mal lacht, lasse ich im Saar räumen. Also, sechs Jahre mehr, aber nur noch vier Prozent der Weltbevölkerung sind ohne Gesundheitsprobleme. Lass mal auf die Zunge zergehen. Was führen wir für ein mieses, beschissenes Leben, das nur vier Prozent der Bevölkerung ohne Gesundheitsprobleme sind? Ein Drittel hat mehr als fünf Gesundheitsprobleme. Das sind 2,3 Milliarden Leute. 50 Prozent Anstieg des Verlustes an Lebensjahren in den letzten gesunden Lebensjahren und, haben wir darüber gesprochen, 43 Prozent Anstieg. Alles hausgemacht. War nicht. Die Erinnerung kam mir heute schon mal kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit all diesem Elend. Ganz Europa war zerstört. Aber wir haben die Krankheit nicht gehabt. Ein paar Leute sind fast verhungert. Trotz des Psychoterrors, der dort gewesen ist, über zehn Jahre in dem Krieg. Und es gab fast niemanden, der depressiv war. Demenz schon mal gar nicht. Kaum Herzinfarkte. Kein Diabetes. Alles das haben wir mit unserem Lebensstil sekundär erst kreiert. Vor ein paar tausend Jahren sind wir zu Fuß durch die ganze Welt gegangen. Zu Fuß um die ganze Welt. Heute schaffen die Leute keine 500 Meter mehr. Das ist ein Ausschnitt aus dem täglichen Leben. Das ist nicht der Ausflug des Altenheims, sondern das ist unsere Gesellschaft. Unvorstellbar. Wenn man das sieht, wie die alten Menschen nicht mehr laufen können, katastrophal. Und wenn ich laufen kann, der stürzt natürlich auch. Und, 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 und. Das haben wir alles selber hergeführt. Auf der anderen Seite sind das Fakten. Der Körper ist immens regenerationsfähig. Alle drei Monate wissen wir unsere Orthozyten komplett erneuert. Die Sehstäbchen-Orga alle zwei Wochen. Dünndarm-Epithel alle zwei bis drei Tage. Die Lungenoberfläche alle ein bis drei Tage. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist im laufenden Betrieb. Das ist so, als wenn Sie in Ihrer Küche ein Fünf-Gang-Menü kochen wollen und gleichzeitig neu tapezieren. Da können Sie davon ausgehen, dass die Tapete im Kochtopf ist und der Inhalt vom Kochtopf hat der Wand. Sie können das nicht. Die Natur kann das. Jeden Tag. Milliarden von Zellen werden erneuert. Und dann muss ich sagen, selbstentfaltend, selbsterhaltend, selbstreparierend, selbstoptimierend und ab und zu sogar selbstvermehrend. Das ist genial. Dieses Prinzip. Das ist der Mensch. Oder er war es. Denn wie kann das sein? Wenn das System dermaßen effektiv ist, warum fängt das denn an, in den eigenen Adern Fett abzulagern, die Leber zu verfetten, blind zu werden und all so ein Zeug. Wenn das so effizient ist, was um alles in der Welt passiert in diesem System, hoch, sauber, reguliert, vom Feinsten getunt, was passiert in diesem System, dass wir krank werden? Ich habe zehn Jahre gebraucht, aber dann war es klar. Und wer sabotiert? Wir. Wir sabotieren dieses irre, irre System durch unser eigenes Tun. Wir sind in dieser Umwelt geworden und das hat funktioniert, wie gesagt, Millionen von Jahren, bis wir angefangen haben, nicht nur andere Leute umzubringen mit den Werkzeugen, sondern die Umwelt zu verändern und uns natürlich selber auch. Und dann fallen Umweltressourcen, die wir hatten, die fallen weg. Und wenn die wegfallen, dann werden wir krank. Wir brauchen die. Wir sind von der Umwelt abhängig. Absolut. Sie kommen mit sechs oder drei, vier Kilogramm auf die Welt, haben jetzt aber 60, 70, 80, 90, was, wie viel Kilogramm? Die Samen aus der Umwelt. Sie haben das alles gegessen, was sie da sind. Nirgendwo anders her. Das heißt, die Umwelt ist, der andere Name dafür ist Gaia, Mutter Erde oder Matrix oder wie auch immer. Wir brauchen die Umwelt, weil wir in der Umwelt geboren und geworden sind. Wir müssen ein anderes Verständnis für die Bezüge zur Umwelt bekommen. Nicht nur die Gene steuern, die nicht die Gene steuern, die Zellen, sondern die Umwelt steuert unsere Gene. Das ist die Epigenetik. Wir haben immer gedacht, wir sind fremdbestimmt oder sind über die Gene bestimmt. Nein. Die Umwelt steuert die Epigenetik, die Gene und danach richten wir uns. Das heißt, wir sind von der Umwelt auch abhängig. Haben wir positive Einflüsse, funktioniert das System. Haben wir negative Einflüsse, versucht das System, diese Einflüsse zu kompensieren und schafft das in der Regel auch. Nur wenn zu viele negative Einflüsse oder ein zu großer Einzeleinfluss kommt, dann dekompensiert das System, weil es daran nicht adaptiert ist. Also wenn Sie mit einer Thermoregulation, die ja wirklich irre ist, 37 Grad plus minus, wenn wir so ein System in Tiefkühlkammer setzen, dann sind wir nach ein paar Stunden durchgefroren. Das schafft das System nicht, weil es fein reguliert ist. Der Eisbär, der schafft das. Der hat einen dicken Pelz. Aber wenn Sie den Sahara tun, schafft er es auch nicht mehr. Das heißt also, wir sind immer in einer bestimmten Umgebung adaptiert. Unsere Gene. Die Zusammensetzung unseres Körpers, da werden wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Die Bedeutung der extrazellulären Matrix als neues Organ, genauso wie das Mikrobiom als neues Organ, ganz entscheidend wichtig. Für die Körperzelle ist die extrazelluläre Matrix das Gleiche wie für uns die Umgebung. Die einzelne Zelle braucht diese extrazelluläre Matrix. Funktioniert die nicht, funktioniert die Zelle auch nicht mehr. Die Bedeutung des Immunsystems, das haben wir heute schon viel gehört, wird immer komplexer, ist nicht nur ein Abwehrsystem, sondern ein Kommunikationssystem. Und wenn Sie Milliarden von Zellen und Bakterien nicht richtig informieren, dann funktioniert das System eben auch nicht mehr. Und die Plastizität des Gehirns, da ist auch einiges darüber schon gesagt worden. Generelle Abwehr von Umwelteinflüssen, das müssen wir uns klar machen. Also schauen wir uns mal ein paar Sachen an. Der Mensch ist kein Einzelwesen, sondern 50 Milliarden Zellen steuern sich selber. Ich habe ein bisschen Darmschleimhaut mitgebracht. Dann haben wir noch diese hässlichen Tierchen, die wir alle immer versuchen umzubringen mit Antibiotika. Eine Größe und Ordnung mehr, leben auf uns, in uns und vor allen Dingen eben im Darm, Mikrobiom. Noch hässlicher die Viren, die uns im Winter immer krank machen. Noch einmal eine Größe und Ordnung mehr. Und dann, das ist alles gensequenziert inzwischen. Wissen wir alles immer mehr. Was wir noch nicht alles wissen, ist von den Pilzen. Vor allen Dingen, wo die überall sind, da sequenzieren wir noch. Ich habe Ihnen ein paar Fußpilze mitgebracht, dann wissen wir, wo sie herkommen. Diese junge Dame hat diesen Bioreaktor nicht nur vor sich, sondern die hat den gleichen Bioreaktor in sich. Hochkompliziert aufgebaut, nach bestimmten Regeln funktionieren und wir schütten dann nicht nur Cola da rein, sondern auch Antibiotika. Antibios. Und bringen die Tierchen da um und wundern uns dann, dass hinterher das nicht mehr so ganz funktioniert. Noch einmal die verschiedenen Dinge, unser Mikrobiom. Ein Organ für sich selber, nicht lebensfähig ohne den Menschen, aber auch, wie gesagt, wir ohne dieses Organ, nicht lebensfähig. Wenn wir uns die Evolution noch einmal anschauen, die Pflanzen sind auch schon ähnlich gebaut. Wir haben in den Pflanzen hier oben den Teil, der der Sonne hingewandt ist, wo entsprechend bestimmte Prozesse passieren. Wir haben das Wurzelwerk, was übrigens auch ohne Symbiose nicht in der Lage ist, die Nährstoffe aufzunehmen. Die Pflanzen haben die gleiche Symbiose, wie wir im Darm, haben die in ihrem Bereich der Wurzeln mit den Bakterien. Und wenn man also jetzt hingeht und sagt, die Evolution gibt uns einen größeren Freiheitsgrad, das heißt, die stationäre Pflanze wird beweglich, will sich entsprechend aus diesem Befreien, will aus dem Standort Abhängigkeit herauskommen, dann hat die Natur einen eleganten Trick gemacht und hat gesagt, okay, ich kann mich nicht bewegen, wenn das zusammengewachsen ist, starr, dann muss ich das ändern. Dann muss ich den Teil hier als Lunge hinein verpflanzen und den Teil hier als Darm. Aber vom System her ganz genauso. Das Resorptionssystem ist unser Darm und die Lunge ist der Austausch, der Geisaustausch. Nur jetzt mobil geworden und noch dazu kontrollierbar. Die Pflanze kann das hier nicht kontrollieren. Wir können dieses kontrollieren. Wir können unser Innenleben kontrollieren. Ein genialer Schachzug. Aber es bleibt immer noch Außenwelt. Lunge 20, 30 Quadratmeter, Darm 200 Quadratmeter Außenwelt. Muss natürlich kontrolliert werden. Deswegen ist das Immunsystem so aktiv. Deswegen haben wir so viele Sensoren da an dieser Außenstation. Aber das Prinzip ist genau das Gleiche. Man hat dann diese Tiere, die letzte Version, Säugetiere genannt. Ich bin der Meinung, dieser Name ist zu Unrecht. Natürlich sind es Säugetiere. Aber etwas anderes ist viel, viel wichtiger bei dieser Spezies als das Phänomen, dass Brustdrüsen eine definierte Substanz produzieren, wo die Kinder sich garantiert von ernähren können. Auch natürlich ein genialer Schachzug. Wenn ein kleines Tier irgendwo ist, das muss sich irgendwas zu essen finden. Hier kriegen die Kinder das, was sie brauchen. Das heißt, das Überleben ist viel, viel mehr garantiert. die Sicherheit der Nachkommensstadt viel besser. Aber dazu gibt es noch ein anderes System, was entscheidend ist, nämlich unsere Gebärmutter. Die Säugetiere haben nicht nur das Säugen entwickelt, sondern auch die Gebärmutter entwickelt. Warum? Weil das eine definierte Umgebung ist, in der das Kind die ersten Monate aufwachsen kann. Wenn Sie so ein armes Fisch einnehmen, was irgendwo in den Fluss gesetzt wird, das wird gefressen, wird platt gedrückt oder geht verloren oder sonst was. Hier wird jedes einzelne befruchtete Ei kostbar gehütet und großgezogen in einer definierten Umgebung. Klammer auf, vorausgesetzt, diese Umgebung ist in Ordnung. Sie ist nicht toxisch. Wenn ich aber jetzt eine junge Frau habe, eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, aber es ist eine Belastung für das System. Wenn ich eine junge Frau habe, die zum Beispiel raucht oder trinkt oder kifft oder Schwellmetallbelastung hat, dann ist diese Umgebung für dieses Kind toxisch. In den ersten Monaten seines Lebens, in einer Zeit, wo es höchst vulnerable ist. Wir haben den Ausdruck heute mehrfach gehört. Und das ist mit ein Problem, was wir langsam beginnen zu erkennen. Nicht in den Kinderjahren fangen die chronischen Krankheiten an, sondern sie fangen hier an und noch eine Etage davor bei der epigenetischen Veränderung von Spermium und Eizelle. Das, was der Vater vor der Zeugung gegessen hat, ob er geraucht hat und so weiter, wird alles epigenetisch mit abgebildet und das wird dem Kind weitergegeben. Von der Mutter noch viel mehr und dann hier in dieser Zeit. Singt die Mutter dem Kindchen ein Lied, hört das zu, raucht die Mutter, raucht das Kind mit. In jedem Fall. Die Mutter ist die Umgebung des Kindes und von daher ein Schlüsselfaktor für seine spätere Gesundheit. Man nennt das DOHAT, Development Origin Health and Disease. Das ist nicht 2011 erst, wenn es publiziert worden ist, schon länger, sondern hier beschrieben worden. Und hier werden in diesem ersten Zustand im Fetus schon Dinge getan, die hier schon dann sich auch auswirken, Short-Term, in Gehirnentwicklung, aber auch im weiteren Leben entscheidend sind, was sich hier getan hat. Über das ganze Leben hin, es wird hier schon erschienen. In einzelnen Arbeiten, jetzt kurz hintereinander, das sind die Sachen, wo jemand gehungert hat. Wir haben die Holländer damals im Zweiten Weltkrieg fast ausgerottet mit Hunger. Die Kinder haben hinterher alle Fettzucht entwickelt. Sie kennen Biafra die Story. Die Kinder, die damals überlebt haben, haben alle Fettzucht entwickelt. Wenn sie als zweiten Hit, das haben sie von Wolf gehört, als zweiten Hit dann hinterher auf McDonalds treffen. Alleine das halbverhungerte Kind, wenn er es weiterhin hungern muss, in seinem weiteren Leben passiert gar nichts. Kommt der zweite Hit dazu, die Western-Nahrung, dann haben wir dieses Problem. Also, Umwelt und Epigenetik, nicht nur das Essen, sondern alle diese Faktoren wirken auf unsere Gene, machen eine epigenetische Modulation und davon hängt die Steuerung von unserem Organismus ab. Nicht primär von den Genen. Die sind identisch wie vor 100 Millionen Jahren. Was geändert worden ist, ist die Epigenetik. Und die ändert sich täglich in Abhängigkeit von unserer Umwelt. Hier noch einmal eine ganz neue Arbeit, auch hier der Ursprung für die entzündlichen Darmerkrankungen. Umgebung, Einfluss hier. Außenwelt im Darmbereich, Einfluss auf die einzelne Zelle, auf den Leaky Gut und so weiter. Ich gehe im Einzelnen nicht darauf ein. Aber auch hier wieder, es ist die Umgebung, die dann diese Krankheit auslöst. Nicht aus dem Nichts heraus. Hier noch einmal zusammengestellt, auch hier, wir haben eine Disposition, wir akkumulieren Probleme und dann irgendwann kommt auf diese vorbelastete Situation der Trigger und dann knallt die Bombe los. Das heißt also, einzelne Dinge verknust der Körper ohne Weiters. Einzelne Sachen schafft er. Aber wenn Sie zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Dinge eben verändern, an Schrauben drehen, auf die er eigentlich angewiesen ist, dass sie nicht verdreht sind, dann reicht ein zusätzlicher Hit aus und dann haben wir die Manifeste Erkrankung. Sie können das auch noch dann im Einzelnen nachlesen, wie das funktioniert. Hier sehen Sie wieder Alkohol, falsches Fett, Tabakrauch, Drogen und so weiter und so fort. Das gibt den entsprechenden Stress, wie der Bill berichtet hat. Das sind die positiven Faktoren, Antioxidantien, Vitamine und so weiter und so fort, die das blocken. Tut man das nicht, passiert das alles, geht in die mitochondriale Dysfunktion rein und die Gewebsproblematik entstört. Es ist also alles eine Problematik der Steuerung, die hiervon ausgelöst wird, weil das nicht funktioniert. Die gehen wir jetzt kurz durch. Oder noch einmal, epigenetische Diäts. Sie finden hier die alten Bekannten wieder, den Brokkoli, die Sojabohnen, die Blaubeeren, den grünen Tee und so weiter. Die alle mischen hier drin mit und ganz zum Schluss kommt raus, entweder langes Leben oder vermehrte Krankheit. Es kommt darauf an, wie wir diesen Körper versorgen oder nicht versorgen. Er kann mit unserer Hilfe oder er kann nicht mit unserer Hilfe. Ich habe das einmal umgesetzt in Faktoren unseres Lebensstils, unserer Gesundheit. Hier ist die technische Umwelt mit den toxischen Substanzen, den Problemen. Hier kommt die natürliche Umwelt mit Tag-Nacht-Rhythmusstilde, Nacht-Magnetfeld, Symbiose, alle diese Dinge. Soziale Umwelt, sinnvolle Arbeit, Spiritualität, Singen und Musizieren, haben wir gehört, Meditation und so weiter. Alles dieses sind Faktoren, die im modernen Leben bei der Mehrzahl der Menschen nicht mehr funktionieren. Wenn Sie in die Studien reinschauen, egal, wer sie gemacht hat, 60, 70 Prozent sind jeweils der Bevölkerung davon betroffen. Und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Das geht doch nicht. Sind die Leute alle so dumm? Ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Gut, aber alle so dumm, das kann doch nicht sein. Nein, nicht der Einzelne hat sich falsch entschieden, Medikamente und Drogen zu nehmen. Er wird abgefüllt. Fünf Medikamente im Alter von 65 Jahren. Welch eine Errungenschaft. Oder Tag-Nacht-Rhythmus. Versuchen Sie mal, nachts zu schlafen, wenn alle Laternen an sind. Oder die ganzen Endokrin-Disruptors, wo wir heute wissen, dass sie auch epigenetisch tätig sind. Oder wenn wir unsere Mikronährstoffe nicht einnehmen, die richtigen Sinne nicht mehr wahrnehmen, wenn das Licht des Tages nicht läuft und so weiter und so fort. Wenn Sie da mal durchgehen, durch diese Tabelle, kommen Sie locker bei jedem von Ihnen auf eine Handvoll, wer Pech hat, auf zwei Handvoll Faktoren, wo Sie mitmischen. Und dann haben Sie ein gestärktes Risiko, eine chronische Krankheit zu entwickeln. Nämlich epigenetisch an diesen Dingen zu drehen und dann funktioniert Ihr System eben entsprechend nicht mehr. Nochmal ein kleines Beispiel dafür. Man hat das getestet, man hat das überprüft. 20.000 Deutsche hat man untersucht. Acht Jahre. Vier Kriterien des Lebensstils. Ganz banale Dinge. Sie kennen vielleicht die Studie auch, die Epik-Studie. BMI unter 30, körperliche Aktivität, dreieinhalb Stunden, Raucherstatus, militärane Ernährungsweise. Also eigentlich recht banale Dinge. Nichts besonders Aufwändiges gefordert. Was kam raus? 9% hat keinen Risikofaktor. Bilden sind Care-Wertzins bei 90%. Studienergebnis. Klassisch. 90%, 70%, 60%. Je nachdem, was Sie untersuchen. Aber es ist immer die Mehrheit auf der falschen Seite. Warum? Weil unsere gesamte Gesellschaft sich verändert hat. Und dann kam raus, je mehr positive Kriterien erfüllt wurden, desto geringer ist die Erkrankungsrate. Na gut, dafür hätte man keine Studie machen müssen. Da hätte man sich denken können. Aber, aber, wer 20.000 Leute hat, der kann Statistik machen. Und jetzt kommen Sie mal die Statistik an. Minus 90% Diabetes, minus 80% Herzinfarkt, minus 80% alle chronische Erkrankungen. Das heißt, der ganze Diabetes, die ganze KKKK, ist ausgemacht. Sie war nicht da. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es so gut wie keine Herzinfarkte. Das erste waren die Manager, die krank wurden. Aber nicht, weil sie so viel Stress hatten, sondern weil sie als erste das falsche Leben hatten. Die sind nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren, zu Fuß gegangen. Die hatten alle ein Auto, die haben gequalmt, die haben gefressen, gesoffen. Und von daher sind die Erkrankungen gekommen. Heute leben wir alle wie die Manager, haben alle die gleichen Erkrankungen. Das ist unser Problem. Und das ist das Problem. Nur 9% haben es. Alles hausgemacht. Können wir uns sparen. Drei Wochen ohne Kohlenhydrate in einer ordinären Rehaklinik, zeigen gleich noch Reichen aus, um Diabetes umzubringen. Also auch hier die Sabotage. Wir sabotieren das System. Wenn wir in diesen Dingen denken, in diese Dimensionen denken, wissen wir, wo wir hin müssen. Die Umwelt hat eine besondere Bedeutung für uns. Gesunde Lebensfelden brauchen wir, damit wir dort gesunder leben können. Und das geht mit Hilfe der Spitzenprävention. Womit anders? Multimodal. Ich zeige Ihnen noch mal ein Beispiel dafür. Habe ich im letzten Jahr schon gezeigt. MS ist eine schlimme Erkrankung, landet im Rollstuhl. Hier hat der Kollege Jelinek in Australien gezeigt. Fünf Jahre multimodal umgestellt, nicht im Rollstuhl gelandet, sondern um 20 Prozent verbessert, unabhängig von den Medikamenten. MS, 20 Prozent besser körperlich, 20 Prozent besser geistig drauf. Oder hier die Diabetes-Studie, ordinäre Rehaklinik, Zucker weggenommen. Das sind die Leute in der Kontrollgruppe, die die DGE-Ernährung bekommen haben. Da hat sich so gut wie nichts getan. Hier Zucker rausgenommen. Die Hälfte hatte gar kein Insulin mehr nötig, war ohne Diabetes. Die weitere Hälfte gebessert. Das heißt, alles in allem 90 Prozent innerhalb von drei Wochen im Diabetes verbessert. So einfach geht es, wenn man den Diabetes richtig behandelt. Der heißt auf Deutsch Zuckerkrankheit. Wenn man die Ursache beseitigt, den Zucker wegnimmt, dann ist auch die Krankheit fort, wie man in Köln sagt. Bei Gesunden hilft das auch. Das ist anders aufbereitet, die Studie von Andreas Raut. Wir haben also gezeigt, wenn man die Mitarbeiter anschaut, dass wir in einem Winter haben, in einem miesen Winter haben die 20 Prozent mehr Arbeitsunfähigkeit gehabt. Wir haben einer Gruppe nur Vitamin D gegeben. Die hatten dann diesen Anstieg nicht. Im ersten Winter schon mit Vitamin D alleine, macht man aber multimodal mit Ernährungsänderung, mit Bewegungsänderung und so weiter, hat man 40 Prozent weniger Arbeitsunfähigkeit im ersten Jahr der Anwendung. Da muss niemand 20 Jahre warten, bis hin, weil kein Herzinfarkt auftritt, sondern es passiert gleich. Also, wir brauchen gesunde Lebenswelten und das ist im betrieblichen Gesundheitsmanagement hervorragend machbar, weil da leben die Menschen in der Arbeitswelt. Und ich habe im letzten Jahr und deswegen erzähle ich Ihnen dieses jetzt noch eine weitere Entwicklung in meinem Hirn gehabt. Die nächste Stufe, wie man das noch das BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement, verbessern könnte, ist, wenn man halt auch im weiteren Umfeld außerhalb der Firma gesund leben würde und deswegen bin ich jetzt beim regionalen Gesundheitsmanagement. Und das funktioniert. Viele von Ihnen haben vielleicht schon mal gehört vom gesunden Kindsichtal. Das ist ein Schwarzwaldtal. Da hat es jemand geschafft, zusammen mit einer Krankenkasse, die dort vorherrschte, und im Ärztennetz und im Krankenhaus eine Allianz einzugehen. Die haben ein Konzept entwickelt, wie sie nur die Infrastruktur in der Versorgung verbessert haben und haben ausgemacht, was dabei rumkommt, was an Krankheit gespart wird, was an Geld gespart wird, wird geteilt zu drei. Ein Drittel die Ärzte, ein Drittel die Organisation, ein Drittel die Kasse. Die scheffeln jedes Jahr Millionen. Es funktioniert hervorragend. Und die haben noch nicht das getan, was ich als Spitzenprävention bezeichne. Die haben noch keine Inhalte verändert. Die haben nur die Organisationsform geändert. Wenn wir das noch da reinbringen, dann funktioniert das. Und auf der Schiene machen wir weiter. Ich bin als Berater mit hineingenommen in ein Konzeptregion Hesselberg, das ist in Mittelfranken. Dort baut man jetzt in einer größeren Region von 70.000 Einwohnern, bauen wir auf, dass wir diese Regionalgesundheitsvorsorge aufbauen, dass wir also die Struktur versuchen zu ändern in den Betrieben, die betriebliche Gesundheitsvorsorge aufbauen und von dort aus dann natürlich auch finanziell die Möglichkeit haben, in die Kindergärten zu gehen, in die Schulen zu gehen. Es ist ein Horror, wenn wir überlegen, wir haben immer mehr Schulen, die Ganztagesschulen sind. Das heißt, sie bekommen ihr Essen in der Schule. Und was bekommen die? Fraß. Ordinären Fraß, übelsten Fraß für 1,80 Euro oder 2,20 Euro. Katastrophe. Das sind unsere Kinder. Die füttern wir mit diesem Zeug. Das darf nicht wahr sein, aber es passiert. Und wenn wir das schaffen, in der Region das Gefühl zu erzeugen, dass wir die Region gesund machen können, dass es unser Kindergarten ist, wo diese schlechte Nahrung ist, dass es unsere Schule ist, wo unsere Kinder miese Ernährung bekommen, dann schaffen wir es vielleicht, in der Region das zu bewirken, was dann die Region gesund macht. Also, wenn ich das alles zusammenfasse, und das habe ich jetzt in dieser Grafik geschafft, wo mir jemand geholfen hat, denn ich könnte das so schön nicht, wir haben Schadfaktoren, Schadfaktoren haben wir gehört, die müssen wir reduzieren, wir müssen schauen, wie Sherlock Holmes, wo die Schadfaktoren sitzen. Wir haben Schutzfaktoren, da müssen wir nur daran denken, dass wir die brauchen und dass wir hier mehr machen. und dann können wir sehen, wie wir in die Verhältnisprävention kommen, die Verständnisprävention reinbringen und die Verhaltensprävention, damit wir so viel natürliche Umwelt bekommen, wie möglich, die technische Umwelt so sicher wie möglich machen, ohne Schadstoffe und die soziale Umwelt eben auch so gestalten, dass wir gut drin leben können. Und das müssen wir haben, in der Familie, von der Geburt, über die Kita, die Schule, bis hin in die Ghettos, Altenheim und Hospiz. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Spitzenprävention in der Lebensstilmedizin. Und dann können wir nämlich auch mit diesen multimodalen Maßnahmen Krankheiten behandeln. Wir kommen aus der Prävention in die Therapie hinein. Und das können wir machen. Und das will ich mit der Akademie für menschliche Medizin, die wir gegründet haben, parallel zu diesem Kongress. Den Kongress können wir nur einmal im Jahr machen. Aufwendig genug. Sie haben gesagt, Dankeschön, Sie sind wiedergekommen. Wir sagen Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Wir machen aber zusätzlich die Akademie, die ist im Internet jeden Tag zu finden. Und das Motto der Akademie ist, auf dem Trittbrett der Natur zu gesunden Lebenswelten. Die Natur hat die Möglichkeiten. Wir müssen nur gucken und klauen. Die Industrie klaut ja jetzt schon. Oberflächen werden nachgemacht. Medikamente werden aufgrund von Pflanzenstoffen und so weiter und so fort. Wenn wir das tun, sind wir in den Tagen weiter. Und es gibt noch einen Wahlspruch, der ganz wichtig ist. Wissen und Liebe vermehren sich, wenn man sie teilt. Wenn ich jeden Schluck aus meinem Glas abgebe, habe ich weniger, aber ich kann mir ein gesamtes Wissen geben und habe ihnen dann noch genauso viel wie vorher. Aber sie haben es auch. Und das ist das Motto, das wollen wir in der Akademie machen, damit man dort die Dinge weitertragen kann und weitergeben kann. Was meine Vorstellung ist, was wir bauen, ist das Haus der Spitzenprävention. Wir haben unten die Nutzer-Community, die davon profitieren soll. Wir haben einen Marktplatz für Spitzenprävention aufgebaut, wo sich Unternehmen wirklich einen Marktstand aufbauen können, wo sie ihre Sachen anbieten können. Wir wollen Therapeuten-Promotion, da können Sie, wenn Sie wollen, mit drauf. Wir haben Coaches, wir wollen Vereine mit präsentieren, denn Vereine sind eine gute Struktur, die wir nutzen können. Darüber werden wir professionelle Lobbyarbeit betreiben, weil nur so geht es. Wir müssen, wie die auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite der Macht stehenden, professionelle Lobbyarbeit machen, damit wir gehört werden. Und das schaffen wir nur, wenn wir uns zusammenrotten und im Chor singen. Wir haben die Akademie, die das unterstützt mit dem Kongress. Wir werden noch mehr in die Medien gehen. Wir werden Seminare auch im Internet stehen haben, damit man nicht durch die Welt fahren muss. Und ich will versuchen, dass wir hier ein Institut kriegen oder im Idealfall vielleicht sogar einen Lehrstuhl für die Lebensstilmedizin, dass wir versuchen, da auch die Wissenschaft noch entsprechend zu verbessern. Und oben drüber haben wir die Stiftung, die ich vor ein paar Jahren gegründet habe, die dann die ganze Sache zusammenhält. Sie können dazu beitragen, einmal in die Community zu gehen. Wir sind inzwischen auch auf Facebook vertreten. Ist alles auf der Webseite von Neumem. Und Sie können finanziell die Stiftung unterstützen, indem Sie über dieses Webportal Boost gehen. Draußen liegen die Prospekte noch, wie das geht. Das ist eine geniale Erfindung. Das ist auch eine gemeinnützige Stiftung, die mit etwa 400 Firmen ein Abkommen hat, dass sie sagen, wenn ihr über unser Portal geht, wir schaufeln euch die Kunden rein und ihr gebt uns dafür ein paar Prozent. Es sind echt nur ein paar Prozent. Aber diese paar Prozent machen vielleicht 80 Cent aus oder 1,50 Euro. Wenn wir 100.000 Leute hätten, die im Jahr für 1,50 Euro Buß kaufen, hätte ich 150.000 Euro zur Verfügung. Dafür könnte man einen Leerstuhl machen. Das heißt, meine Bitte ist, diese Botschaft mitzunehmen. Wir haben den Flyer auch als PDF auf der Webseite. Den können Sie runterladen, verschicken. Wenn wir möglichst viele Leute es gerade einmal einrichten, daran denken, dann sind zwei Klicks beim Kaufen, wenn sie ohnehin kaufen. Niemand soll im Internet kaufen. Ich bin dafür, so viel wie es geht, lokal zu kaufen. Aber es werden einfach viele Dinge gekauft. Und wenn man dieses nutzt, dafür nutzt, dann haben wir den Benefit davon. Also, wir brauchen diese Struktur, dass wir wissen müssen, wie wir mit den Dingen umgehen können. Und meine Vision ist die, wenn wir es schaffen, in die regionale Gesundheitsentwicklung zu kommen, dann werden wir damit die Bevölkerung gesund machen. Wir haben im Raum eine Krankenindustrie. Wenn wir eine Gesundheitsindustrie aufbauen und das ist das Stichwort des nächsten großen Weltwirtschaftszyklus. Die Auguren sagen, die Krex sagen, die nächste Weltwirtschaftslawine heißt Gesundheitswirtschaft. Und wir sind dabei, genau in diese Gesundheitswirtschaft einzusteigen. Und wenn wir das schaffen, in Deutschland die Voraussetzungen zu schaffen, eine gesunde und richtige Gesundheitswirtschaft aufzubauen, dann können wir nicht nur unsere eigenen Betriebe damit sanieren. Die werden deutlich effektiver arbeiten, die Wirtschaftlichkeit wird besser sein. Wir können mit den Konzepten, die wir dann entwickeln, können wir in den Export gehen. Wir können diese Dinge nach draußen exportieren. Warum? Alle Schwellenländer mit den riesengroßen Bevölkerungszahlen, China und Indien, sind auf unseren Fußstapfen. 30 Prozent der chinesischen Kinder sind zu fett. 250 Prozent Zunahme der Demenz in China. Die waren vor 20 Jahren am Hungern, vor 30 Jahren am Hungern. Und heute haben sie die Demenz und die Fertzucht genauso wie wir. Warum? Sie bewundern die amerikanische Kultur, sie kaufen unsere Produkte noch und nöcher, sie kaufen Milchprodukte noch und nöcher, haben zwar zu 80 Prozent eine entsprechende Laktolone-Verträglichkeit, kaufen trotzdem unsere Typen, verkaufen denen das Zeug. Es ist die helle Katastrophe, aber es funktioniert so. Wenn wir also Lösungsmittel finden, wie wir das machen können, können wir die in Zukunft verkaufen und dann haben wir einen neuen Verkaufsschlager in der Welt und brauchen nicht nur auf dem Metall rumzureiten. Ich habe Ihnen zum Schluss noch etwas mitgebracht, für Sie persönlich. Meine Steinzeit-Apotheke. Also, die Empfehlung geht, natürliche Nahrungsmittel, Lebensmittel, wo kein Etikett drauf ist, verarbeiten, statt Industrieprodukte. Wasser ist das Standardgetränk und keine Softdrinks, unabhängig davon, dass da die ganze Fructose drin ist. Da ist auch Chemie drin, die können wir nicht brauchen. Wir brauchen probiotische Lebensmittel, statt Antibiotika. Wir brauchen eine regelmäßige körperliche Tätigkeit, statt eine sitzende Tätigkeit. Wir brauchen die regelmäßige Sonnenexposition, statt drinnen zu sitzen und Sonnenschutzmittel drauf zu tun. Wir brauchen Fastenperioden. Wenn heute bei einem ein Essen ausfällt, dann denkt er, er fällt morgen tot um. Dem ist nicht so. Fasten war eine Routinegeschichte, aber wer fastet heute noch? Heute wird täglich gegessen und zwischendrin gesnackt. Wir brauchen gute Sozialkontakte und nicht alleine leben. Das Alleineleben, diese Idealisierung des Singles, die im Augenblick läuft, ist nur eine Masche der Industrie, weil jeder Single, jeder Idiot muss alles alleine kaufen. Das ist Umsatz fördern, aber nicht sozial förderlich und nicht für uns gesundheitsförderlich. Wir sollten musizieren und singen und nicht fernsehen. Dabei ist es wie mit dem Kochen. Wenn Sie ein Fertiggericht kaufen, wenn Sie eine Musikkonserve kaufen, sich auf die Ohren stülpen, dann hat das nicht den Effekt, als wenn Sie selber Musik machen oder selber singen. Ihr Gehirn, haben wir gehört, ist ein endokrinisches Organ. Das schüttet Bruttenstoffe aus, je nachdem, was Sie damit machen. Schlechte Bruttenstoffe oder gute Bruttenstoffe. Sie sollten mit dem Nachbarn sprechen, nicht über den Nachbarn sprechen. Sie sollten ausreichend Schlaf haben, Nachtarbeit in der Diskurs nicht, Spiritualität statt Rationalität. Sie sollten die Natur wieder würdigen, denn sie ist unsere Mutter und die Technik-Hörigkeit ist zwar toll, was wir können, aber es ist ein matterer Abglanz dessen, was die Natur kann. Und damit bin ich durch und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Und so wie ich Ihnen gestern versprochen habe, dass es heute eine zweite Sitzung gibt, verspreche ich Ihnen heute, dass es nächstes Jahr einen nächsten Kongress geben wird. Wir wissen noch nicht die genaue Zeit, aber wir wissen das Thema. Und das Thema wird lauten Krebs. Der Krebs ist genauso hausgemacht wie die Demenz. Und wir werden Ihnen zeigen mit guten Referenten und guten Argumenten, warum es so ist und warum der Krebs heute komplett falsch angegangen wird, warum ihn komplett anders angehen muss und warum es gute Erfolge geben wird, mit ihm umzugehen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.